Ey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Ich will relativ schnell reinkommen in den zweiten Mockdraft dieses Jahr. Wer meinen ersten noch nicht geguckt hat, macht das auf jeden Fall vorher, denn der zweite ist nicht unbedingt oder nicht in allen Fällen ein neuer Stand. In manchen Fällen ist es auch einfach nur eine alternative Richtung, in die ich gehe. Also guckt euch den ersten definitiv vor dem zweiten an. Nächste Sache, wie gesagt, nur ganz kurz, weil ich so schnell wie möglich reinkommen möchte in den Mockdraft, will euch ja auch nicht zu lange langweilen. Wenn ihr der Meinung seid oder wenn ihr wisst, dass ich jetzt in beiden Mockdrafts über irgendein Team oder irgendein Pick nicht geredet habe, zum Beispiel über den Patriots Pick oder so, schlechtes Beispiel, aber hm, dann schreibt mir das definitiv in die Kommentare. Dann sehe ich zu, dass ich beim nächsten Mockdraft definitiv dieses Team nicht wieder auslasse. Und da noch eine Sache, ich habe vor zwei, drei Tagen ein neues Video hochgeladen auf meinem zweiten Kanal. Und weil ich immer noch Leute sehe, die sagen, was, du hast einen zweiten Kanal? Ja, ich habe einen Link, ist in der Beschreibung und hoffentlich in den Kommentaren. Also wenn ihr Bock habt, guckt da einfach mal rein. Würde mich sehr freuen. Dann fangen wir direkt an. Den ersten Pick überspringe ich mal, denn das ist Nick Bosa und da habe ich letztens schon drüber geredet. Das heißt, wir fangen direkt an mit dem zweiten Pick. Das sind die 49ers und bei mir ist das Quinnen Williams. Ihr seht das an der schönen Grafik, die ich selber erstellt habe. Ich würde irgendwo hinzeigen, aber mit den Richtungen der gespiegelten, mit dem gespiegelten Viewfinder und so, weiß ich immer nicht, wo es ist. Ich glaube, er ist hier irgendwo und kehrt mir den Rücken zu, aber ist auch egal. Mal, ich hatte im letzten Mock-Draft Josh Allen da an der Stelle. Es ist eher ein Edge-Rusher, jetzt haben wir ein Defensive Tackle. Das hat großteilig was mit dem Combine zu tun. Denn Josh Allen sah jetzt letztendlich nicht mal wirklich besser aus als Nick Bosa. Und man hat vorher gesagt, Nick Bosa hat die Technik und alles, Josh Allen ist mehr der Athlet. Und nicht wirklich so. Ich habe ernsthaft gedacht, dass Josh Allen Nick Bosa ziemlich klar hinter sich lässt. Und nicht wirklich. Ich glaube, beim 4-D-Yard-Dash war er schneller, aber der Split war auch nicht wirklich viel krasser oder wenn überhaupt krasser. Also ich denke, Allen hat durch den Combine definitiv ein bisschen was verloren. Und Quinn Williams war ja so unglaublich schnell. Der bewegt sich tatsächlich von diesen ganzen Combine-Testwerten beinahe im Aaron-Donald-Niveau. Und ist halt nochmal einen Ticken größer. Also er hat definitiv gewonnen. Deswegen haben die beiden sich in meinem Kopf aneinander vorbeigeschoben. Ich habe nach wie vor auch mehrere Stimmen gehört, die da Receiver wollen auf 2. Die DK Metcalf wollen an 2. Ich denke, dafür wäre es zu früh. Dann müsste man da quasi wegtraden. Aber wenn man da bleibt, denkt immer dran, ich baue keine Trades ein. Zumindest noch nicht. Vielleicht mache ich das mal, aber das wird ein komplettes Wirrwarr. Glaubt mir. Zumindest ohne Trades. Wenn sie da bleiben in dem Szenario, denke ich, sie würden Quinn Williams nehmen. Pick Nummer 3 Jets. Josh Allen. Wie gesagt, genau vertauscht wie letztes Mal. Und ich denke wirklich, die Jets sind der erste Kandidat oder der zweite Kandidat, wenn man die 49ers damit reinzählt. Aber der erste Kandidat, der wirklich ernsthaft und aktiv mit dem Gedanken spielt, da wegzutraden. Ich denke, da würde sich ein New York Trade sogar eigentlich perfekt anbieten. Die Giants kommen hoch, die Jets gehen runter, Giants gehen an 3 und sichern sich damit den Quarterback, den sie haben wollen. Ob es nun Kyler Murray ist oder Dwayne Haskins, wer weiß, werden wir sehen. Ich bin inzwischen relativ sicher, dass da ein Quarterback kommt. Und ich denke, das ist die Position, wo du hintraden müsstest, um relativ sicher zu gehen, dass du den kriegst, den du haben willst. Falls die Jets da bleiben, ist man mit Josh Allen definitiv zufrieden. Ich habe letztes Mal schon gesagt, die Identität von allen starken Jets-Teams der letzten Zeit war immer eine bissige Defense, eine bissige Front Seven. Dahinter, also ich sage mal, die Linebacker und die Secondary gefiel mir letztes Jahr ganz gut. Aber die Line waren nicht wirklich auf dem Jets-Niveau, was man kennt aus den Jahren davor. Über Offense müssen wir erstmal noch nicht reden. Ich denke, du könntest da auch offensiv gehen, um quasi Sam Donald Unterstützung zu geben, aber dafür ist 3 zu hoch. Der Draft, ich kann es nicht genug betonen, der Draft ist defensiv so stark und offensiv so la la. Deswegen ist auch mein Mock-Draft nach wie vor von Defense dominiert. Ich meine, ich habe keinen Running Back in der ersten Runde. Auf 4, die Raiders. Wir haben auch da Gerüchte gehört in letzter Zeit, dass die sich eventuell für Kyler Murray interessieren. Aber ich glaube, das ist ein Smokescreen mehr als alles andere. Von wegen brauchen wir nicht. Also wir streuen das Gerücht mal nach da draußen, damit Leute das eventuell glauben. Aber ich sehe nicht kommen, dass da Kyler Murray gedraftet wird. Und wenn, dann hätten sie einen super Job gemacht, um ihren eigenen Quarterback in Sicherheit zu wiegen. Und dann, boop, wir haben unseren neuen Quarterback. Auf geht's, der Ricard sucht den Neues zu Hause. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wenn man an der Stelle einen Quarterback pickt, dass der dann sitzt auf der Bank, gerade unter Gruden nicht. Deswegen bin ich jetzt mit Roshan Gary gegangen. Ihr seht ihn da schon die ganze Zeit auf dem Screen. Der hat sich auch geholfen beim Draft. Ich bin mir nicht sicher, dass das das ist, was Gruden will so früh. Aber ich denke, dass Gary in der NFL nochmal einen Ticken drauflegen könnte. Im College wurde er tatsächlich teilweise sogar von Chase Winovich, von dem anderen Defensive Ender, überschattet. Was eigentlich nicht der Fall sein sollte, wenn man einfach die Athletik und den Körperbau und was weiß ich vergleicht. Und er muss nochmal auf ein neues Level. Er muss sein Potenzial quasi voll ausnutzen in der NFL, um ein guter, hoher Pick zu sein. Aber ich denke, das kriegt er hin. Nächster Kandidat oder nächstes Team, von dem ich denke, dass sie eventuell runter traden können. Und ihr seht hier schon den Pick. Es ist Jawan Taylor als Offensive Lineman von den Florida Gators. Ich denke gerade, dass die Teams, die früh Offense draften, drüber nachdenken sollten, runter zu traden. Weil es nicht so viele offensive Talente in diesem Draft gibt, wo du wirklich sagst, der ist ein Top-10-Pick. Ich könnte euch mit Freude Top-10 aufstellen. Ich könnte euch eine ganze erste Runde aufstellen, nur mit Defense. Und das letzte Team wäre immer noch zufrieden. Ich könnte euch, glaube ich, 50 Picks aufstellen. Die ersten 50 nur mit Defense. Und das letzte Team wäre immer noch zufrieden mit dem Spieler, den es kriegt. Also es ist wirklich so, so geladen auf der defensiven Seite. Deswegen denke ich, wenn man wie die Bucks nach Offensive Line sucht, was ziemlich sicher der Fall sein wird. Ich glaube nicht, dass als neue Headcoach da du direkt nach einem Playmaker suchst. Könnte auch der Fall sein. Aber nicht, wenn du so erfahren bist wie Bruce Arians. Ich denke, er will Jameis Winston beschützen. Die Line war da seit Jameis da, war noch nie wirklich gut. Und es wird interessant sein zu sehen, was passiert mit einer guten Line. Jawan Taylor könnte direkt von Tag 1 starten. Vermutlich sogar als Left Tackle. Nummer 6 ist geblieben wie letztes Mal. Dwayne Haskins, deswegen keine Grafik hier. Wir sind bei Pick 7, wir sind bei den Jaguars und wir sind bei TJ Hawkinson. Der ist in den letzten 2, 3, 4 Wochen so hoch gehypt worden, dass ich tatsächlich nochmal mir das Tape angeguckt hatte, was ich sowieso schon gemacht habe, weil Iowa dieses Jahr gerade auf, sag schon Tight End, so Talent hatte, dass ich da eh schon war. Als kleine Vorvorbereitung sozusagen, für wenn dann das Tight End Video kommt. Und es ist wirklich beeindruckend, wie man gleichzeitig so ein guter Blocker sein kann und so gut im Receiving Game. Er ist nicht besonders schnell, aber das ist Gronkh zum Beispiel auch nicht. Ich sehe Gronkh hier wirklich als Vergleich. Natürlich kann man nicht direkt auf dem Niveau sein. Es wäre unfair, ihn mit Gronkh zu vergleichen, weil das ist halt wirklich ein Jahrzehnt-, vielleicht Jahrhundert-Talent. Manche Leute würden sagen, dass Gronkh ein Top 3 Tight End All Time ist. Manche Leute würden vermutlich sagen, er ist der beste Tight End aller Zeiten. Ich denke, TJ Hawkinson kann von dem Kaliber sein. Es ist natürlich nur im besten Fall, im schlechtesten Fall ist er wie immer ein Bust, aber ich denke, er hat das Potenzial, um so gut zu spielen, hat ein super Combine hingelegt, ist vermutlich einer der besten Blocking-Titents in dem ganzen Draft und gleichzeitig einer der besten Pass-Catching-Titents. Deswegen kann das definitiv helfen. Ich könnte auch mir vorstellen, dass es hier Quarterback wird, aber nach allem, was man zur Zeit hört, ist Nick Foles so gut wie sicher bei den Jaguars und ich denke, dann wäre es wirklich clever, aufs nächste Jahr zu warten, der vermutlich Quarterback noch ein bisschen stärker wird. Wäre halt jetzt ärgerlich, wenn man dieses Jahr so ein mittelgutes Jahr hat und dann irgendwo Pick 18, 17, 19, 16 hat, weil du dann auch wieder hochtraden musst, um an einen richtig guten Quarterback ranzukommen, aber jetzt einen zu draften, gerade vermutlich dann den zweiten oder drittbesten Quarterback in diesem Draft, nur um ihn sitzen zu lassen, ja, und dann nächstes Jahr ist die stärkere Quarterback-Klasse, das scheint mir alles nicht so realistisch, deswegen nimmt man einen Playmaker, der Nick Foles dieses Jahr direkt helfen kann. Acht meine Lions sind dran, Devin White ist der Pick-Edge-Rusher, natürlich ist eine Option. Wir haben Montez Sweat noch auf dem Board, wir haben Jaqai Polite noch auf dem Board, wir haben Brian Burns noch auf dem Board, was für mich natürlich sehr, sehr geil wäre, wenn einer meiner Lieblingsspieler von den FSU zu den Lions kommen würde, wäre sehr cool, aber ich weiß nicht, ob du mit dem achten Pick, deswegen Lions auch wieder einer der Kandidaten, die vielleicht zurücktraden, den viert- oder drittbesten in unserem Fall jetzt, wenn du Bosa, Allen und Gary drüber nimmst, den drittbesten Edge-Rusher nehmen willst, den viertbesten, Entschuldigung, mein Fehler. Wisst ihr, auf dem achten Pick, den viertbesten Edge-Rusher, vielleicht ist es da klüger, den besten Spieler auf einer anderen Need-Position zu nehmen. Cornerback fällt einem da ins Auge, obwohl ich, wie gesagt, gehört habe, dass Cornerback ziemlich sicher nicht adressiert wird in der ersten Runde. Deswegen ist es bei mir Devin White geworden. Devin White hat selber in Interviews gesagt, er könnte sich gut vorstellen, mit Jared Davis quasi zusammen auf dem Feld zu sein. Ich würde das sehr gerne sehen, weil ich denke, Jared Davis hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft und ich denke, die beiden zusammen könnten ein richtig, richtig gutes Linebacker-Duo sein. Ein bisschen ähnlich wie Jane Smith und Leighton Van der Esch, was die da bei den Cowboys haben. Und da hat man gesehen, es kann gut funktionieren, sowas hätte ich auch gerne. Ich kann mir vorstellen, dass Devin White, wenn es dann letztendlich so weit ist, ein Top-5-Pick wird. Vielleicht zu den Buccaneers, wer weiß, aber wenn er noch da ist, würde ich mich dann natürlich drüber freuen. Neunter Pick, die Bills und da spielt der Combo natürlich sehr rein, denn wir haben DK Metcalf. So, ich habe vorher Analysten gesehen, die so versucht haben, ein Hot-Take zu bringen, von wegen, oh, DK Metcalf wird 4-4 laufen, glatt. Und das ist mein Hot-Take und dann läuft er letztendlich 4-3-3. Das ist unnormal für die Größe. Ich werde in dem Combine-Video noch genauer darauf eingehen, deswegen mache ich hier jetzt nicht mehr wirklich viel. Er hat sich auf jeden Fall geholfen. Frage ist, wie sein Route-Running-Tree aussieht, wie viel er da wirklich machen kann. Er ist da ein bisschen limitiert, einfach dadurch, dass er ein bisschen steif ist, sage ich mal, aber da kann man auch immer noch was dran machen. Und ich glaube, das ist wirklich schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Von den athletischen Fähigkeiten ist er im Julio Jones und Kevin Johnson Niveau, sage ich mal, einfach von dem gottgegebenen Talent, vom Körperbau, von der Statur. Dann steckt natürlich noch viel Arbeit drin, das wage ich gar nicht zu bezweifeln. Also natürlich ist es nicht einfach nur Gene, sondern er hat da extrem viel für gemacht, extrem viel harte Arbeit ging da rein. Aber von den ganzen Sachen, Größe, Geschwindigkeit, Körperbau und sowas, ist er auf dem Niveau. Als Route-Runner ist er nicht auf dem Niveau. Von den Händen her ist er nicht auf dem Niveau. Aber er ist trotzdem meiner Meinung nach der beste Wide Receiver in diesem Jahr. Und ich denke, die Bills werden ihn als Top-10-Pick holen. Broncos 10. Nach dem Trade jetzt für Flacco ist halt relativ unwahrscheinlich, dass dieses Jahr ein Quarterback kommt. Das ist, glaube ich, das nächste Team, was einfach nur ein Jahr überbrücken möchte bis zum nächsten Jahr und dann in der nächsten Klasse, die halt wirklich vermutlich sehr, sehr stark wird, ihren Quarterback zu holen. Deswegen bin ich da von Quarterback weggegangen und deswegen bin ich zu Ed Oliver hingegangen. Der ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr noch gefühlt der klare Nummer 1-Pick war in diesem Draft und jetzt auf einmal ist er gefallen. Ich denke wirklich, der wird einfach nur vergessen. Es gibt jedes Jahr, und wenn ich vergessen sage, dann meine ich übrigens von den Medien, nicht von den GMs. Die GMs haben den auf dem Board. Aber was GMs für eine Meinung von einem Spieler haben und was dann Medien für eine Meinung von einem Spieler haben, das sind verschiedene Sachen. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo man ein bisschen mitkriegt zwischendurch von manchen Quellen. UGMs mögen den Spieler vielleicht viel mehr als die Medien und andersrum genauso. Vielleicht kommen wir da nachher noch zu einem Beispiel. Auf jeden Fall denke ich, dass Ed Oliver nach wie vor einer der besten Defensive Tackles ist. Ich will immer sagen, Top 5 Talent, aber das würde ich letztendlich bei 40 Spielern sagen. Also muss ich ein bisschen aufhören damit. Ich denke, die Broncos würden einen super Pick damit machen, würden ihre Defense wieder stärken, Mick Fangio als Defensive Coordinator von den Bears her jetzt Head Coach. Und es kann sein, dass er da ein bisschen in die Richtung abdriftet. Elf, die Bengals. Da gibt es viele, 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 viele Baustellen. Man könnte Offensive Line sich vorstellen. Ich könnte mir Wide Receiver Tight End vorstellen. Offensive Waffen einfach für Dorton. Defensiv brauchst du Playmaker. Und das ist es bei mir geworden, letztendlich Brian Burns. Es gibt im, wer war das? Das Draft Network, glaube ich. Einer der Analysten Crabs, der hat Brian Burns sogar als besten Edge Rusher insgesamt in der Klasse. Also über Nick Bosa, über Josh Allen, über Gary, über Farrell, über allen. Weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen hoch ist, sogar als FSU-Fan, aber man kann vielleicht sagen, dass er vom Potenzial her definitiv auf dem gleichen Level ist wie Nick Bosa. Das, was die Leute vorher oder vor dem Combine immer gesagt haben, war, er hat zu leicht gespielt bei Florida State. Mit dem Gewicht kannst du in der NFL kein Three Down Defensive End sein, weil du gegen den Lauf nicht arbeiten kannst. Und dann hat er jetzt ein Gewicht, was super aussieht für die Position, was so das ist, was man haben möchte, für die Größe gehabt beim Combine und war trotzdem noch der zweitschnellste Edge Rusher. Montez Sweat hat ja da eine unglaubliche Zeit hingelegt, schneller als Beckham zum Beispiel oder Beckham. Also den nehme ich da jetzt mal raus. Aber wie gesagt, der zweitschnellste Edge Rusher und technisch definitiv auf einem höheren Level als Montez Sweat. Und deswegen denke ich, dass er da ein cleverer Pick wäre von den Bengals. Aber die können eigentlich wirklich Best Player Available gehen. Packers auf 12. Ich denke, wenn Devin White da ist, nehmen die Devin White. Ich denke, wenn Brian Burns da ist, nehmen sie Brian Burns. Wenn die beide weg sind, wie in meinem Szenario, könnte ich mir Devin Bush noch ganz gut vorstellen bei denen. Jetzt bei mir ist es Cleland Farrell geworden. Ich will ihn mal Cleland nennen. Bei mir ist ja Cleland im Kopf. Also Cleland Farrell ist es geworden. Edge Rusher von Clemson. Manche Leute sind auf Farrell dann wieder höher als auf Burns. Manche Leute, wisst ihr, das ist bei den Edge Rushern, weil wir so viele richtig gute haben. Da ist sehr viel persönliche Meinung drin. Ich bin nicht ganz so hoch auf dem. Ich denke, die Packers könnten mit einem starken Edge Rusher, mit einem, der direkt einschlägt, kann man halt vorher nicht wissen. Aber ich denke, sie könnten ihre Defense direkt auf ein ganz anderes Level bringen. 13 wie letztes Mal Kyler Murray deswegen sind wir mit 14 hier und das ist Dexter Lawrence Defensive Tackle von Clemson, der jetzt zu den Falcons geht in meinem Szenario. Ich glaube, die hatten letztes Mal auch einen Defensive Tackle. Habe ich argumentiert dafür. Diesmal ist es halt nicht Jeffrey Simmons, sondern Dexter Lawrence, der sich leider verletzt hat beim Combine. Den hätte ich gerne in Drills gesehen, aber so jetzt nicht. Muss ich noch ein bisschen mehr Tape gucken von Clemson. Das macht keinen Spaß, weil ich ungern sehe, wie Clemson gewinnt. Aber das Talent ist unbestreitbar und deswegen denke ich, man kriegt da definitiv einen guten Spieler und anders als Jeffrey Simmons auch einer, der von Anfang an spielen kann. Auf 15 die Redskins wieder mit einem Quarterback. Letztes Mal war es, glaube ich, Daniel Jones. Diesmal ist es Drew Locke, der dritte Quarterback, der in meinem Szenario von Bord geht. Ich habe es letztes Mal gesagt, ich werde es wieder sagen, es entwickelt sich irgendwie jedes Jahr immer wieder so ein Ansturm auf die Quarterbacks. Das heißt, sie werden letztendlich alle höher genommen als in den meisten Mock-Drafts. Gerade natürlich als in den Mock-Drafts, die keine Trades mit einem beziehen wie der jetzt. Ich denke, wenn man als Redskins Drew Locke kriegen könnte, in der Situation, in der man ist, ist das ganz gut. Auch wenn man an deren Stelle, glaube ich, wirklich auch lieber auf den nächsten Draft warten will. Aber an irgendeinem Punkt sind es halt auch zu viele Teams, die nächstes Jahr wieder ihren Quarterback haben wollen. Und dann ist es vielleicht besser, man schnappt sich dieses Jahr einen, von dem man denkt, er hat eventuell sehr hohes Potenzial und man kann viel aus ihm machen. Es gibt halt auch immer Quarterbacks, die ihn ein bisschen unerwartet einschlagen sozusagen. Und vielleicht ist Drew Locke ja der nächste Patrick Mahomes, wer weiß. 16 Depend, hast du letztes Mal einen Edge-Rusher gehabt in meinem Szenario und das könnte ich mir auch wieder vorstellen. Montez White ist immer noch auf dem Board, der könnte da hingehen. Ich denke aber, gerade nach dem Combine geht man auf Noah Fant, denn wenn man Cam eine neue Waffe gibt, offensiv, gerade noch ein Tight End, einen, der super ins System passt, weil er unglaublich schnell ist und das ist ja gefühlt alles zur Zeit, wo die Offense drauf aufgebaut ist von Carolina. Wenn man das also aufrechterhalten will und wenn man wirklich nur Schnelligkeit gehen will und keinen Kontrapunkt setzen will mit einem großen Box-Out-Titant, sage ich mal, dann ist Noah Fant eine richtig kluge Wahl und ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig geile Offense sein könnte, wenn der zu Christian McCaffrey kommt, zu Curtis Samuel, zu Cam. Uff! Wir gucken nochmal auf die Picks 1 bis 16, bevor wir dann weitermachen mit der zweiten Hälfte. Nick Bosa geht auf 1 weg, Quinn Williams zu den 49ers, die Jets holen sich Josh Allen, Rashawn Gary geht als erster von den drei Picks zu den Raiders, Jawan Taylor als Offensive-Lineman, erster offensiver Spieler von Bord zu den Buccaneers, Dwayne Haskins als Quarterback zu den Giants, TJ Hawkinson als Tight End zu den Jaguars, Linebacker Devin White geht zu den Lions, dann haben wir den ersten Receiver, DK Metcalf zu den Bills, die Broncos holen sich Ed Oliver, Bengals sichern sich Brian Burns, die Packers schauen ein bisschen dumm aus der Wäsche und holen sich Cleland Farrell, Kyler Murray geht als vielleicht bester Playmaker dieses Drafts zu den Dolphins, die Falcons holen dann Dexter Lawrence von Clemson, Drew Locke als Quarterback Nummer 3 geht zu den Redskins und Noah Fent, zweiter Iowa Tight End in der ersten Hälfte von der ersten Runde des Drafts geht zu den Panthers. Es geht weiter mit den Browns, die jetzt in der zweiten Hälfte vom Draft sind, wer hätte das vor einem Jahr noch gedacht, die haben einen Roster, der so talentiert ist wie lange nicht mehr. Die haben eine Offense, die seit Freddy Kitchens da übernommen hat, wirklich richtig Spaß gemacht hat anzugucken, was auch merkwürdig ist, wenn man über die Browns redet. Baker Mayfield ist vermutlich der Franchise Quarterback, Nick Chubb ist stabil oder echt ziemlich gut, wenn er mehr Touches kriegt, mal gucken. Du hast dann Jarvis Landry, generell viele Wide Receiver dahinter, die schnell sind, die ein bisschen Probleme hatten woanders, also die man billiger gekriegt hat, als man sie vielleicht ohne Probleme hätte kriegen können. Deswegen ist die Offense, die steht wirklich. David Mjoko noch dazu. Ich würde sagen, in dem Draft ist relativ viel Defense drin für die Browns und wir fangen in meinem Szenario hier an mit Byron Murphy, dem ersten Cornerback von Bord, der sich auch noch mal geholfen hat durch den Combine. Der hatte wirklich schöne flüssige Drills, gute Hände, nicht besonders auffällig bei den ganzen athletischen Sachen. Also ich denke, der hat sich wirklich, wirklich in diese Top 2, 3 Debatte noch mal gefestigt jetzt von den ganzen Cornerbacks. Du hast Baker, du hast Greedy Williams und du hast ihn. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Byron Murphy finde ich vermutlich jetzt zur Zeit am besten. Immer noch mit Greedy Williams zusammen, aber das schwankt gefühlt alle 5 Minuten, welchen von den 3 ich am besten finde. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für Byron Murphy entschieden. Die Vikings sichern sich einen der besten O-Liner in diesem Draft, auch wenn er ein bisschen zu klein ist für manche vielleicht, Jonah Williams. Und dann sind wir bei den Titans und Marquise Brown in meinem Szenario noch relativ lange auf dem Board. Wie gesagt, wenn man so viele defensive Spieler hat, dann tut es einem Team natürlich gut, wenn man offensiven Spieler braucht früh im Draft, weil die einfach vom Wert dann ein bisschen nach hinten geschoben werden. Dadurch, dass früh dieser Ansturm auf die guten defensiven Spieler entsteht. Deswegen kann man hier in meinem Szenario relativ spät noch den vielleicht spannendsten Wide Receiver überholen, denn obwohl DK Metcalf so schnell ist, gibt es glaube ich keinen, der anzweifelt, dass Marquise Brown noch schneller ist. So, und natürlich ist der auch nochmal wendiger, der läuft ein bisschen andere Routen, ist einfach ein anderer Typ Running Back, vermutlich deutlich explosiver. Und deswegen denke ich, das wäre gut anzusehen, das wäre super für Marcus Mariota, um vielleicht das vertikale Passing Game noch ein bisschen stärker einzubinden. Das fehlt mir manchmal noch ein bisschen, wenn ich die Titans angucke. Zweiter Cornerback von Board letztens war es Devin Bush, aber hier sitzen jetzt die Steelers und denken sich Linebacker eh ganz zufrieden, wir haben unsere schnellen Linebacker, wir brauchen definitiv Hilfe in der Secondary. Die Andre Baker letztes Jahr den Preis gewonnen für den besten Cornerback im College, kann uns nur weiterhelfen, kann von Anfang an starten, sah bei den Drills auch gut aus, gerade die Hände haben mich sehr beeindruckend, deswegen ist das der Pick. Wir machen weiter, die Seahawks kriegen Montez Sweat, einen der Top Performer vom Combine. Garrett Bradbury ist einer der O-Linemen, die sich am meisten geholfen haben, die letzten Tage und Wochen, sage ich mal. Also der hat sich vermutlich jetzt endgültig in die erste Runde reingemogelt. Andre Dillard genau das gleiche zu den Texans dahinter. 24 zweiter Raiders Pick in diesem Draft und ich glaube, wenn man da Devin Bush sieht, der noch da ist, dann ist es schon so ein klitzekleiner Stil vermutlich. Ist immer schwer Stil zu sagen, bevor man sie wirklich spielen sieht, aber das Problem von vielen Leuten mit Devin Bush war immer gerade im Vergleich zu Devin White, er ist zu leicht, er ist zu klein. Und jetzt beim Combine, als sie sich ja auch wiegen lassen müssen und sowas hat man gesehen, das ist unwesentlich der Unterschied. Also er ist nur einen Ticken kleiner und so, so, so wenig leichter. Also es ist wirklich kaum ein Unterschied. Die Geschwindigkeit von beiden war fast gleich. Ich glaube, der Ten-Yard-Split war sogar besser bei Devin Bush, bin ich mir aber nicht sicher. Also es ist wirklich kein großer Unterschied. Da kann man wirklich pur nach dem Tape gehen. Und ich glaube nicht, dass die beiden da so viel trennt. Ich glaube, das kann sogar eine Geschmackssache sein, wen von beiden man da mehr mag und deswegen auf 24 zu kriegen, nachdem der erste von beiden auf 8 gegangen ist, ist definitiv sehr, sehr gut. Wir gehen zu der letzten Seite, Picks 25 bis 32. Wir haben Christian Wilkins als Defensive Tackle zu den Eagles. Wir haben Jeffrey Simmons als nächsten Defensive Tackle zu den Colts, der sich ja jetzt das Kreuzband gerissen hat und nicht beim Combine war. Die Raiders mit ihrem letzten Pick in diesem Draft wählen Riley Ridley als White Receiver. Und Cody Ford geht als Offensive Tackle. Warum habe ich da Offensive Tackle geschrieben, nicht Offensive Line, bin ich Dummkopf, zu den Chargers. Nächster Pick, Chiefs, Nassir Adelaide. Ich hatte den letztes Mal ein kleines bisschen drüber, aber das ist jetzt wirklich einfach nur eine Umverteilung von Picks gewesen. Es hat nichts damit zu tun, dass sein Wert irgendwie gefallen ist oder sowas. Ich kann mir den super mit Eric Berry zusammen vorstellen, weil du die Rollen von beiden halbwegs tauschen kannst. Du kannst zu Not Nassir Adelaide auch mal in der Box haben. Du kannst ihn, was ich gesagt habe, als Deep Safety haben. Und Eric Berry kann logischerweise auch beides machen. Der ist von beiden natürlich deutlich besser in der Box. Er ist vermutlich auch am Anfang gerade erstmal besser als Deep Safety und so. Aber man kann die auswechseln, man kann die austauschen, man kann viel mit Verwirrung machen und sowas. Und das ist ein bisschen das, was mir immer fehlt bei den Chiefs jetzt. Ich weiß nicht genau, ob die das nicht wollen oder ob sie der Meinung sind, ihre Spieler sind nicht gut genug dafür oder woran es liegt. Aber es ist mir manchmal ein bisschen zu plain, zu einfach, zu sehr. Okay, man sieht, was es ist und das ist es dann auch. Und dafür sind die Spieler gerade in der Secondary meiner Meinung nach nicht gut genug. Du kannst nicht, du kannst nicht sowas offensichtliches spielen, wenn dann deine Spieler nicht in der Lage sind, ihre Eins-gegen-eins-Duelle zu gewinnen. Und deswegen für ein bisschen mehr Verwirrung, falls sie es machen wollen, weiß ich nicht, wäre das hier Adelaide definitiv gut. Wie letztes Mal geht Irv Smith Jr. als Tight End zu den Packers. Jakai Polite mogelt sich noch in die erste Runde. Der Stock von dem fällt gerade ziemlich zu den Rams. Und dann haben wir jetzt letzten Pick in der ersten Runde, Greedy Williams zu den Patriots. Es ist irgendwie ein Patriots-Pick und irgendwie auch nicht so. Es ist zu sehr Playmaker für einen Patriots-Pick, zu sexy. Aber letztes Jahr, Sonny Michelle ist auch relativ sexy gewesen. Deswegen vielleicht passt es ja. Das Patriots-defensive-System ist schon immer, oder ist immer noch, obwohl Patricia weggegangen ist, sehr ähnlich wie das von Patricia. Also jetzt sozusagen ist das Lions-defensive-System und das Patriots-defensive-System ähnlich. So, ich würde sagen, das Patriots-System ist noch ein bisschen variabel, einfach weil die mehr machen können und weil das System da schon tiefer drin verankert ist im Team. Patricia war ja erst das erste Jahr als bei den Lions. Aber in beiden Systemen ist es verdammt wichtig, dass die Cornerbacks tacklen können. Das war auch das. Ich habe es getwittert irgendwann letztens, was ein Lions-Typ auf die Frage gesagt hat, was er denn davon hält, dass so viele Mock-Drafts Greedy Williams auf 8 haben zu den Lions und er meinte, unsere Cornerbacks müssen tacklen können. Von wegen, wir brauchen Greedy Williams nicht, unsere Cornerbacks müssen tacklen können, er kann das nicht. Das ist die einzige Frage. Ansonsten denke ich, wenn du Greedy Williams auf 32 kriegen kannst, als dritten Linebacker und gerade noch dazu, wenn du Secondary-Hilfe gebrauchen könntest, dann kann man das schon mal machen, dann ist das schon ein echt guter Pick an der Stelle. Gut, das war es mit meinen Picks. Lasst mich wissen, ob ihr zufrieden seid mit dem Pick von eurem Team und wo vielleicht eure College-Spieler hingekommen sind und sowas. Wie immer, wenn ihr jemanden zu hoch, zu niedrig findet, lasst mir das in den Kommentaren da. Ich lese mir das durch, ich gucke mir das an und ich denke auch drüber nach. Es ist jetzt nicht einfach so, dass ich gucke und sage, äh, falsch und dann ist es vorbei und so. Also, ich mache mir da Gedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr noch schnell ein Like da lasst. Das ist kostenlos für euch, hilft mir sehr weiter. Wenn ihr neu seid, nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.